Heute haben wir mal etwas Neues zu Bruce Willis zu verkünden. Tja, keine Woche ohne Home-Release von Bruce Willis sozusagen. Heute aber mit der Nachricht, dass eine neue Trilogie geplant ist mit dem ehemaligen Superstar, muss man ganz klar so sagen, der sich mittlerweile nicht mehr auf der Kino-Leinwand rumtreibt, sondern eher in den DVD- und Blu-ray-Regalen. Jetzt haben wir hier eine neue Trilogie auf jeden Fall mit ihm angekündigt und zwar unter dem Namen Fortress. Da denken viele von uns an Christopher Lambert's Fortress, die Festung. Es ist kein Remake oder Sonstiges, könnte man dieser Zeit eigentlich schon erwarten, oder Reboot bei diesen ganzen Geschichten. Nein, es ist was Eigenes. Es kam 2021 gegen Ende des letzten Jahres sogar vereinzelt in ein paar auserwählte Kinos in Amerika, ist aber eigentlich nur für den Heimmarkt vorgesehen bei uns Ende April. Aber gehen wir es einfach mal durch. Wir haben hier einen Trailer auf YouTube schon mal auf der offiziellen Seite und da ist mir jemand aufgefallen und da dachte ich mir, Mensch, da guckst du mal nach, ob sie das wirklich ist. Und Tatsache, sie ist es. Es gibt einige interessante Sachen hier zu erzählen, deswegen habe ich auch beschlossen, ein Video dazu zu machen. Worum geht es erstmal noch ganz kurz in Fortress? Wir haben Bruce Willis hier, der einen zurückgezogenen Ex-Cop spielt. Das kennt man ja, lebt da ganz einsam in so einem Wald zurückgezogen und plötzlich taucht sein Sohn auf, der Stress mit irgendwelchen Gangstern hat, um die versuchen, hier die beiden dann in Gefangenschaft zu nehmen und etwas Geld zu erpressen und der Sohn erfährt dann in diesem Safe House Fortress, die Festung sozusagen, dass sein Vater früher ein Doppelleben geführt hat und eigentlich ein Ex-CIA-Agent ist. Warum man da drei Filme dazu braucht, die allesamt schon abgedreht sind und die beiden Fortsetzungen mittlerweile im Schnitt sind. Weiß ich nicht, wird sich dann aber zeigen, ab Ende April geht es dann bei uns los. So, klicken wir uns mal ein wenig durch den Trailer, dann machen wir hier nur den Sound leise. Wir haben hier eben Bruce Willis, dann haben wir hier so Überwachungskameras, da sehen wir eben dieses Gebäude. Dann haben wir hier eben den Sohn von Bruce Willis, gespielt von Jesse Metcalf. Hier kennt man ja aus der einen oder anderen Produktion schon, da kommen wir nachher nochmal drauf. Dann haben wir hier schon die ganzen Gangster und dann haben wir hier eben From the Producers of Lone Survivor and the Irishman. Da muss man natürlich noch ein bisschen mit angeben. Hier haben wir so 0815-Look, dann natürlich wieder schöne Schleichwerbung am Start. Das ist ja logisch, Bruce Willis ist jetzt okay hier. Vom Auftreten her kann man aber nicht viel sagen über den kurzen Trailer hier. Linkshänder ist mir jetzt irgendwie aufgefallen, aber tut eigentlich auch nichts zur Sache. Dann gibt es hier weitere Action und hier haben wir dann auf jeden Fall den Antagonisten, nämlich, wo haben wir es denn mal, wo er mit ihm schon zusammengespielt hat, Chad Michael Murray. Ja, der ist jetzt demnächst auch zu sehen in American Boogeyman, ein Film über Ted Bundy, wo er Ted Bundy spielt. Den bringt Cape Light Pictures demnächst sogar noch raus. Dazu werde ich noch ein bisschen was sagen in einem anderen Video. Auf jeden Fall haben wir hier eben Chad Michael Murray und dann hier, C-Fix, komme ich es oder kriege ich es hin? Ha, wer kennt sie? Würde mich mal interessieren, wer von euch die gute Dame hier noch kennt. Und da war ich dann schon ein bisschen überrascht und fand das eigentlich ganz nett, weil sie im Trailer nicht mal genannt wird. Also hier geht es dann noch weiter. Ihr seht es, es sieht eigentlich richtig 0815 aus. Jetzt dürften sie eigentlich schon mehr Leute kennen und wir sehen hier dann noch weitere 0815 Action, wie gesagt. Aber das Ambiente stimmt vielleicht, vielleicht noch die ein oder andere coole Action-Einlage. Wir werden es sehen. Gucken wir mal auf IMDb, haben wir hier eben Fortress drauf angekündigt für April. Und eine Stunde 39 Minuten geht das, freigegeben ab 16 Jahren. Wir haben hier noch Drehbuch auch. Emil Hirsch haben wir ja zuletzt gesehen mit Bruce Willis dann auch zusammen. Murder in the Switchgrass hieß der Film vom selben Produktionsstudio. Hier, dann haben wir noch weitere Bilder und hier sehen wir dann die Top-Besetzung. Eben Jesse Metcalf, Bruce Willis, Chad Michael Murray spielt den bösen Balsari. Und hier unten haben wir es dann, jawohl, es ist Shannon Doherty. Also auch mal nicht schlecht, die wieder zu sehen. Von der Bewertung her sehen wir hier auf IMDb 3.2 bei Rotten Tomatoes geht es eigentlich. Audience Score 44%. Das passt. Bei Amazon ist der Film sogar schon zum Vorbestellen gelistet. Hier haben wir sogar noch ein paar schöne Bilder. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber wie gesagt, das sieht halt eben auch so aus, wie es ist. Direct to DVD oder Blu-ray. Okay, ja, und haben hier eben den 29. April 2022 angekündigt auf Blu-ray. Dann eben noch die beiden Filme, mit denen Bruce Willis hier mit seinen Co-Stars schon mal zusammengespielt hat. Hier mit Chad Michael Murray, Amen Survive the Night. Habe ich nicht gesehen. Ich kann echt nicht jeden Film von Bruce Willis anschauen. Auch wenn ich zuletzt mal wieder ein paar von ihm hier in einer Review dran hatte. Ja, aber vielleicht könnt ihr ja dazu was beisteuern. Außerdem haben wir da noch Hard Kill eben mit Jesse Metcalf. Auch den habe ich nicht gesehen. Aber vielleicht habt ihr ihn gesehen und könnt was beisteuern. Ja, und zu guter Letzt hatten wir dann eben noch Fortress mit Christopher Lambert. Oder Lambert, keine Ahnung. Guckst du auf How the Pronouns, dann wird es überall wie anders ausgesprochen. Auch in Interview, also ist wurscht. Was sagt ihr zur neuen Trilogie Fortress? Braucht es das insgesamt drei Teile? Gibt das wirklich der Stoff her? Schauen wir mal. Also, ich lasse mich gerne auch mal positiv überraschen. Und ansonsten soll es das jetzt gewesen sein mit dem heutigen Nachrichten. News Video Bruce Willis Special. Da kannst du ja eigentlich jede Woche was drehen. Aber ich fand es jetzt mal ganz angenehm, hier diese Neuigkeit mit euch zu teilen. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Auf bald, meine Freunde. Und Servus. Das ist jetzt mal ganz angenehm, hier diese Neuigkeit mit euch zu teilen.